okay was ist es okay ich verpiss mich so flucht okay was ist das für ein haus ich leite diese pension soll ich eins einer pokémon großziehen welches pokémon soll hier bleiben okay ich kümmere mich eine weile um smith kommen später wieder vorbei und es um es abzuholen wo sind wir sagen ich schaue uns mal die karte an eine karte okay wir haben uns abend gestartet dann sind wir hier nach oben gegangen hier verteidigen wald in der hülle warum noch nicht man muss hier sind wir dann in gang gute drei mundberg gute vier dazu jetzt sind wir hier nach oben gelacht zu bill hier ist bill beim küstenhaus und jetzt sind wir auf route 5 interessant na pikachu was los okay hier ist ein großes gebäude können wir da reingehen er geht sogar cool okay ich stehe mir wache ich bin so durstig halt stopp der durchgeist gesperrt oh man lass mich durch arschloch nur weil er durst hat lässt er seine wut an mich aus ja hier unten scheint die stadt zu sein was ist hier tonnelpfad azure city orania city was bist du für eine bis jetzt so ein trager so wie es ging marschock tauschen okay okay nicht schlecht marschock ist heftig ach ja in der blauen roten tauscht der nidoran weiblich gegen einen männliches oder umgekehrt ich weiß auch nicht so genau okay dann latschen wir mal hier nach unten so hat so nur zwei minuten gedauert aber wir sind da schon viele leute haben dinge auf den tonnelpfad verloren ja ich weiß dass es die dinge gibt die man die man da finden kann habe ich habe jetzt keine lust die einzusammeln weil es mir so aufwendig ist vielleicht kann man von unten von unten in die stadträume schauen ich schiebe ja wache ich bin so durstig du auch noch was sind habt ihr denn für bosse die geben euch wohl gar nicht zum fräsen zum fräsen geht es hier lang und hier geht es hier nach saffrona city nein scheiße den habe ich völlig übersehen man findet hier draußen nicht viele käfer dann gehen im vertanierwald da findest du käfer jede menge sogar schau part 3 glaube ich war es meines letzten sprays an dann siehst du sehr viele wie viele käfer es dort gibt wach auf ratzen kannst du später gluti oh man ja komm ja jetzt jetzt hör auf zu ratzen hör auf zu ratzen hallo endlich und jetzt verbrenne diesen käfer zerquetsch ihn wie ein käfer ne quatsch hätte ich bei geowulf sagen sollen dann machen wir es eben jetzt einfach mal so glutexu zerquetsch ihn wie ein käfer haben wir noch ein trank natürlich nicht ist mein gott oh mein gott hat der kaki mode etwa alle benutzt ich hasse dieses bibi 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 bloß was in der weißen und schwarzen ist viel cooler da verändert sich die musik du belebst durch scherzen oder nein eigentlich nicht hallo ihr zwei was macht ihr denn da pikachu was machen die da kannst du sagen was du du lachst pikachu das heißt sie müssen doch irgendwas lustiges machen ich trainiere für meinen liebsten stehe mich nicht meine pfadfinderin trago so gibt's herzen kriegen wir ein maschock dafür naja dieser knost naja senk ruhig meine verteidigung mir egal so du wirst geowulf mit rankenheap echt tragisch trago so ist tot das ist unmöglich so den schaffen wir noch das mache ich alles aus liebe lass mich allein ihr seid ein perfektes paar ihr wollt beide allein sein und du bist ein pfadfinder schickige oder ne und regaria das ist die entwicklung von knofenser ihr wisst schon das der kevin ne 500 erfahrungspunkte nicht schlecht nicht schlecht das kann nicht sein tut's aber ach wisst ihr was ich bin heute gut drauf gut drauf einer geht noch der hat ein smetbo wenn ich mich nicht irre bis jetzt haben alle pokémon auf diese rote äh alle trainer auf diese pokémon äh ok nochmal bis jetzt haben alle trainer auf diese rote nur ein pokémon jetzt habe ich es geschafft zu sagen bist du schneller als ein smetbo ja bist du sehr schön ja pfff super schall bei netten smetbo super schall mit level 18 weiß gar nicht aua was für eine schande mein glutex hat sich selbst umgebracht sehr effektiv weil smetbo flug ist wie 21 für pikachu du bist ein zu guter trainer danke danke ich mache jetzt mal kurz auf eine pause bis dann und da bin ich wieder heilen wir erst einmal unsere pokémon und gehen zurück nach azurea city wenn ich im ding bin drücke ich mal a vielleicht finde ich ja was die items kann man nicht sehen die sind unsichtbar und liegen einfach auf dem boden später gibt es einen detektor mit dem man sie einsammeln kann ok hier scheint nichts zu sein im unsichtbaren bereich oder im schwarzen bereich wie auch immer und wir sind wieder in azurea city ja 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 wann war man denn letztens hier hier doch schon einige zeit lang oder nein natürlich nicht das war ironisch gemeint ne ok wir benötigen deine pokémon sie vergewaltigt mein pikachu siehst du das es war das pikachu war hinter ihr sie muss es sich umdrehen um es zu holen pikachu pikachu was machst du denn da bloß achja äh die höhle hier die äh können wir erst in dieser höhle können wir erst sehr 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 viel später rein so quasi wenn man es durch gespielt haben das spiel dann können wir erst da rein so mache ich auch ein special drüber ich will auch eins über missing nur machen falls das hier in dieser gelben edition möglich ist ok und wie das gleiche spielchen vielleicht sind sie in der mitte er hat ein ex special liegt einfach so rum jetzt bin ich aber jetzt habe ich lust drauf okay hier geschaut viele items haben wir noch eins gefunden also müsste muss sie noch ein zweites sein damit man damit man es als viele bezeichnen kann wobei zwei auch nicht so richtig viel ist ist nur ein item und zwei nutzloses item ich spezial ist wie eine erhöhung wie 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 doppelteam oder so bloß als item moment die hat ein taubsee noch ein taubsee und noch ein taubsee 3 glaube ich jetzt bin ich aber wütend geowulf drei schleiche pokémon der nächste hat einen taubsee und nähe denn ist doch ich glaube der nächste hat ein taubsee und ein radikal also radiker hatte da bin ich mir sicher aber ich weiß das andere nicht dass das radikal kommt rettern rettern könnte sein ich glaube rettern ja das werden wir ja schon sehen und tot glaub sie das geht ja ruckzuck dieser kampf hier ist ruckzuck im englischen quick attack also müsste es im deutschen heißen schneller angriff aber ruckzuck kipp hört sich irgendwie naja komisch an ich finde schnell schnell angriff besser als ruckzuck kipp muss ich schon sagen oder schneller angriff was weiß ich hörte ich da jemanden vom kämpfen sprechen ja was heißt er auch freunde oder was habitack okay dann hat er ein habitack und ein radikal naja ist auch egal müsste ihm die hälfte abziehen ja so um die hälfte und es müsste ihn auch nennen er sei ja radikal servus hasenzahn ich habe radikal noch nie gemocht und mag es heute auch nicht er provoziert mich einfach mit seinen hasenzähnen und mit seinem rock zu kipp frisst das oh scheiß Ratte ey ich hätte es besser überhört und wir sind in der neuen stadt alles wird orange orania city aber erstmal safe kurz pause das glaube ich okay orania city ist alles orange warum das werden wir jetzt sehen mein pokémon wurde vergiftet das gift hat es lange nach dem kampf besiegt es stimmt da es ein pokémon mit einem hohen level sehr stark ist allerdings haben alle pokémon schwächen die richtige attacke kann sie leicht besiegen oh nein nein moment daher gibt es kein universal pokémon es stimmt nicht ab äh es stimmt zwar dass ab generation 1 jedes pokémon eine schwäche hat das ist klar aber ab der dritten hat es keine mehr da gibt es nämlich zuby risko zuby hat keine schwäche dann gab es in der vierten kippock und in der fünften ähm wer ist irgend so ein elektro pokémon das schwebe hat und seitdem gibt es pokémon die keine schwächen haben auch wenn sie dem gleichen level haben können die fähigkeiten von pokémon trotzdem verschieden sein das pokémon eines trainers ist stärker als ein wild lebendes ok was hier ich bin der profi angler ich liebe den engelsport dann ist auch gerne habe ich noch nicht kann es nicht beurteilen aber ich schätze mal ja klasse du bist mir sympathisch nimm das hier und geh angeln junger freund oder hält eine angel angeln ist meine leidenschaft suche in seen und flüssen und lande den großen fangen ja kappa du hast mit der angel kann man nur kappa das fangen also auch wieder ein betrüger wusstest du ich habe ein schick gefangen aber dieses pokémon macht nur dummheiten ich denke ein guter trainer sollte schick richtig erziehen können tja ok wenn ein pokémon eine tv vm technik erlernt hat kann es kann es sie nie wieder vergessen überlege dir gut welches pokémon du eine vm gibst das stimmt in dieser session können vm attacken nicht vergessen werden aber ab der zweiten geht's pikachu bleibt hier ich schäme mich für mein pikachu leute kommen wir her das pipi kannst du mit dem pipi kannst du ein anderes mal herum machen hat mein pipi nicht einen wunderschönen schweif pikachu ja schön für dich ja komm her das pipi kannst du ein anderes mal bewundern der vorsitzende redet sehr gerne über pokémon was ist das mein geliebtes ibi tag ok was ist hier shigi oder fleckmann oder was auch ich jura du meine güte mein jura ist viel hübscher ja ja gib ruhig an ja ja mir egal ui galoppa mein geliebter ist galoppa ich bin der vorsitzende des pokémon fans scheiße vertippt das pokémon fanclubs ich habe mehr als 100 pokémon gefangen bei mir sind es insgesamt ich würde so um die ich würde so bei mir um die 5000 schätzen wie viele ich gefangen habe insgesamt ich bin sehr klein nicht wenn es um pokémon geht also bist du her gekommen um etwas über meine pokémon zu hören nein englisch aber dann hören wir mal zu am liebsten mag ich galoppa es ist süß schön klug und aufregend stimmst du mir zu es ist majestätisch freundlich ich liebe es wenn es schläft warm kuschelig spektakulär hinreißend ob es wie die zeit vergeht ich halte dich nur auf danke dass du mir zugehört hast ich will nimm dieses geschenk von mir roter der radcoupon du hältst dafür ein fahrrad sorge dich nicht ich kann mit meinem ibi tag fliegen ich brauche kein rad fahrrad ich hoffe du fährst gerne rad ob ich gerne rad fahre fahre ja geht eigentlich wenn es warm ist ja aber bei kalten wintertagen ne dann nicht warm hier ist schon drin wenn ein pokémon ja das hatten wir schon und er hat auch eine karte anscheinend hat jedes haus eine karte also wofür brauchen wir dann eine hier ist auch wieder eine karte oder natürlich topsy liebe nikki ich hoffe wir sehen uns bald wieder wie ich höre stiftet team rocket in safronia city unruhe hier in orania city scheint es sicher zu sein ich lasse taubst einen brief nach safronia city im norden bringen oi oi ok gute idee im markt was gibt es im markt alles es gibt böse menschen die pokémon für verbrechen missbrauchen team rocket steht seltene pokémon und verkauft sie die pokémon die ihrer meinung nach nicht selten genug sind werden von ihnen ausgesetzt oh pokémon kann gut oder böse sein das hängt ganz von ihrem trainer ab ne stimmt ja hallo kann ich dir behilflich sein mal schauen was du da hast superdränge verkaufen sie inzwischen superdrank habe ich schon ein paar parts gesagt ist halt 50 statt 20 kp also besser ist das superdrank doppelt zu best doppelt so gut aber auch doppelt zu teuer ich kaufe mal fünf stück das müsste gut hinkommen so schutz gibt es noch ok mehr gibt es noch nicht gut wir sind sehr umweltbewusst wir haben gehört dass leime mit sich mit giftigen dreck vollfühlt und entwickelt ok hast du gesehen die msn ankert im hafen da 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 gibt es nicht irgendwo ein haus da ist eine drin der ein porenta tauscht oder so müsste hier eigentlich geben oder ist es in der gelben äh entfernt worden ein maschok ebnet das land ich möchte auf diesem land bauen mein pokémon ebnet den boden ah ok nach pikachu was hältst du von oranio city pikachu lasst dich tot hafen von oranio city ok die msn ist ein luxuriöses kreuzfahrtschiff sie legt einmal jährlich in oranio city an wenn ich pokémon spiele dann sind es zwei mal im jahr ok ok dann mache ich mal eine aufnahmepause und wir sehen uns im nächsten part beziehungsweise in fünf sekunden wieder bis dann und wieder bei einer neuen aufnahme von let's play pokémon gelb wir sind hier in vertania city und ich habe euch noch was vergessen zu zeigen bevor wir in dieses schiff gehen in die msn oder enne oder anne hey anne was geht anne du musstest doch irgendein schild geben das die stadt beschreibt oder hmm schild wo bist du naja ist eh auch egal oh haben wir ganz vergessen unsere pokémon zu heilen was bin ich denn für einer wir quatschen dich mal wieder voll wir quatschen dich mal wieder voll yeah okay okay so ich habe es das maximum an lautstärke was ich rausbringen kann wenn ich es noch höre macht dann beschweren sich die anderen also also ist die lautstärke passend würde ich sagen naja gut dann und machen zuerst die trainer auf der route hier hmm nehmen wir mal zuerst die msn oder ne 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 kurzfristige entscheidungen sind meistens richtige entscheidungen glaube ich zumindest wir machen jetzt erst einmal die trainer hier ne 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 endlich habe ich meine entscheidung getroffen nein doch nicht mehr spaß willkommen auf der msn hast du ein ticket zeigt das bootsticket großartig willkommen auf der msn ja es gibt ja auch ein trick wie man zu dürfen kann und zwar muss man hier den zerschneide holen und dann muss man gegen eine ein trainer verlieren dann ist man nämlich wieder im poky sind und das schiff verschwindet und später wenn man die surfer hat dann einfach wieder reingehen und ja und hier surfen aber ich habe das mal gemacht da ist nichts besonders aber das können wir sogar gleich ich glaube das machen wir sogar machen wir es einfach mal aber jetzt brauchen wir einen trainer den wir brauchen gegen den wir dann verlieren du rotznase was fällt der ein gentleman gentleman du du sagst a red spy in the base egal ja ja dein teckel macht mir er hat mir keine angst ein normal die hornattacke ich kratz dich ein weibliches nidoran mal gut da ist das drauf das müsste mehr abziehen als geowulf aber du es nicht naja immerhin ist es jetzt verbrennen immerhin brennt es diese scheiße nidoran weiblich hätte so und die scheiße ist gleich da und jetzt noch eine kratzer weil ich ap sparen will opel siegt gentleman gentleman misst du bist ganz schön gut gut als ein trainer müssen wir aufheben die ist keine trainerin das weiß ich ich hätte gerne ein stückchen torte krieg's nicht ich bin nur ein trainer der nach der tm zerstört er sucht ich reise immer mit knüttel auch so eine kreuzfahrt ist wundervoll da 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 moin moin do landrater ich bin ein stuart auf diesem kahn wirf nicht einfach wenn du einen wund hast verdammt nicht gesprächisch bist du aber nicht naja gut auf meinen reisen um die welt habe ich unzählige pokémon gefangen gehöre möchte feiten ok das kannst du haben ich vermute die hat mehr solche taub sie ist deswegen hole ich jetzt die katze raus und schauen was die katze alles machen kann ja kommen nerven nicht volltreffer so überlebt kein taub sie level 18 und level ab level 23 ach die hat kein zweites ok ja die hat ja nur zwei da wunderts mich ein bisschen hätte sie drei hätte sie vielleicht noch eins so gut hexo diese flor ist hier ne schlechte weil weil ähm ja weil dieser flor ein gift ist und nidoran ist gift beide attacken sind nicht sehr effektiv wenn ich gift antage einsetze und normal attacken wir haben uns zu vorteilhaft doppel kick kampfattacke so wie der ap sparen kratzer volltreffer rot besiegt gehöre nein ich habe die ganze welt für dieses pokémon bereist die gibt es hier überall oh mein gott ich bin total im pokémon vernaht du auch nein oh das ist ein mann also männliche person ok sah hier draußen das ist ein mann also